hallo und herzlich willkommen zurück zu datpool marvel schizophrenen antihelden so richtig da war ja was so wir werden jetzt direkt erst mal im tv-studio angegriffen dagegen muss man sich erst mal was machen logischerweise und dann ist natürlich gedacht ja kommt schießt auf mich es wird euch nichts bringen wo habe ich nicht rüber geblasen nice one nice short okay hier wird herausforderung für mich sein so okay munition ist voll dann gucken wir doch mal wo sind denn die bösen jungs die uns alle fertig machen wollen so hier kann ich auch erst mal ein bisschen innenrücken kaputt machen oh ja das kann in der tat nach knochen ja ich kann auch ohne zielen genauer wo plötzlich wieder alle gegner herkommt wo vorher nie welche gewesen sind ja haben wir alter aus dem nichts ich kann nicht mal durchspringen ist das was ich habe von dir aufgenommen gibt es doch gar nicht keine munnen mehr das war es in der tat es geht nicht kaputt so kann ich jetzt hier in ruhe vielleicht mal ein paar ein paar punkte einsetzen hier spiel verbesserung 33.000 erhöhte gesundheit das ist das erhalte für jeden zehnten treffer zu sind die momentum auch nice er ist an der gesundheit so kann ich mir noch ein bisschen was leisten verbesserung versteckt das magazin teuer 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 neue kombos du brauchst kohlekumpel ja der scheine ich wirklich zu brauchen verdammt diesen gegner hast du noch nicht erworben what the heck den habe ich auch noch nicht erworben was wollte ich eigentlich von mir so dann lü provided sack ät amazon du Blick du l du 引 du 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 Ich brauch ja schon gar nichts mehr sagen. Deadpool redet ja für sich schon genug. Zack, wow, what a mess, oh hübsch, Wasser, oh hübsch, Blut. Oh, jetzt sollte ich ein bisschen aufpassen, stelle ich gerade fest, ich habe noch, oh, ich bin fast tot. Das sah ich aber echt scheiße aus, gleich nochmal. Oh, du hast du wirklich mit Spinder gefeiert. Oh, du hast du wirklich mit Spinder gefeiert. Ist so. Was hat mich denn deinem Klo angetan? Das stimmt ja nicht mit dir. Ach so, natürlich, ich gebe dir welche Mühe. Ja genau, Kanaden, hallo? Wow, you are one lucky guy. That would have taken most people, man. Clean them. I can't teleport yet. Try again. Zack. So. Das passt. Oho. Oh. 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 Sooo Männer und? Oh Ich seh ein bisschen uncool aus Aber nur ein bisschen Ah Komm wieder hoch, ich weiß dass du da bist Aaaaaaam Stay frosty boys Come on How many bullets are in your head so far? Boooo So, gibt es irgendwo Muti? Ohhhh Keine Muti mehr? Was ist denn das für ein Saftladen hier? Hey Jerko, get me a coffee on your way up, huh? I'll be waiting Jaa, brauchst du grad nicht länger warten? So Bin gleich da, keine Sorge Ach du mein Gott Ich hab mal eine Audition gepflegt Und nicht Suck ass Ach come on Ich bin der coolste, den es im Marvel Universum überhaupt gibt Warum sollten meine Aufnahmen scheiße sein? Uuuuuh Wasser wie edel Off the fire, open fire Wurre Du bist bist mit dem? Wurre 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 Es sieht so aus, als ob ich leicht überlebt hätte Es tut mir leid Natürlich Tadaa Absolut Zack, nach oben Zack, und wieder nach oben Oh, was macht denn der Heli da? Wow Oh, das war knapp Pass auf Ich denke, wir gehen mal hier lang Das ist sicherer Und es geht ja nicht weiter Naja, egal Nein Ernsthaft So dumm zu strengen Zeit, nach oben Komm Könnte ich jetzt eigentlich mal Ha Ja gut, das war ein bisschen sehr easy Geh nicht zu Aber es gibt Punkte So what? Nach oben Nach oben Ha Sehr geil Das hätte man aber auch wissen müssen Tadaa Zack Das war very nice Können wir das nochmal? Das wäre ja mega cool Oh, ich glaube, es ist nicht gesehen worden Schade Es hat so viel Spaß gemacht Das wäre ja Schade Ich sage Ich sage Ich sage Ich sage Das war wirklich Das war wirklich Ich sage Das war meine Lieblingische Was in the hell? What the hell? Da um? Hey, Numnuch! You do remember which one to shoot, but... Try not to embarrass me. Ja, sagut. Sack! Come on me, guys! Just here to steal your multi-million dollar military-grade Whirlybird. Catch! Ha! Das hast du nicht dabei, oder? Och, was ist denn hier los? Jammer, jammer, jammer. Oh! Ernsthaft? Ich will ja noch nur hoch. Oh, Mann. Hey! Da! Zack! Tschüss! Was? So, noch jemand hier ohne Gültigen Fahrschein? Ich denke nicht. Ja! Auf die Fresse! Ja! Auf die Fresse! Ah! Wie nervig, wenn sie immer wieder aufstehen. Hey, du bist Penny! No trespassing! No trespassing! Schade, das funktioniert nicht immer. another macht eine Was? WHAT?! Wie? Was ich gegen den Helikopter? Ohhhh! Ach so, natürlich! Kein Problem, ich übernehme gerne ein Heli. Ich mache ja sonst den ganzen Tag nichts anderes. Wie komme ich denn da hoch? Wow! Wer hat gefahren? Soll ich den Heli kaputt machen? I want him dead. Get Shark one off the ground and rip him to pieces. Roger that, sir. Consider him handled. Damn, they found the helicopters on switch. What, you can't hijack a chopper while it's flying around trying to turn you into shredded cheese? You doubt our skills? Prepare to be amazed! I aim because I can't. Echt ist wahr. Die Frage ist bloß, was bringt mir das? Wo ist denn der Heli eigentlich? Kann er uns gerade sehen? Da hinten. Hm. 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 I can't kill that chopper with my guns. But I can scare him. Wie soll ich denn den Helikopter Angst einjagen? Was ist das mit den Beschissenen? Die bitte schön! Und vor allem womit kann ich den Helikopter Angst einjagen? Mit mir selbst? Hm. Hm. You're finished! You hear me? Hm. So erschießt er mich. What the heck? Hm. Nein Mann, Straße! No! Boah, ich seh dir total zerschossen aus. Ist das denn das Knochen? Alter. Hm. Was für ne hübsche Unterhose auch. Aber ich seh so zerschossen aus. Ha! Hey! So. Immerhin zwei weniger, die mich nicht nerven können. Wie soll ich ihm denn Angst einjagen, verdammte Axt? Ah, alles wieder cool. Okay, so nicht. So auch nicht. So auch nicht. Ich habe nicht die geringste Idee. Wie komme ich denn hier hoch? Oh, das muss ja irgendwie gehen. Oh, ja. Ich habe nicht die geringste Idee. Hm. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe... Okay, das reicht. Das ist wirklich crazy shit. Es muss eine Möglichkeit geben... Näh. Näh. Hm. Tja. Hallo. Bitch. Hm. Also irgendwie... Hab ich das Gefühl, dass ich gar nicht so viel machen kann. Ohhhh. We don't have it yet. Jaaaa. Hm. Hm. Okay. Dann führst du uns bis ganz nach vorne vor. Das ist so eine geschissene Arbeit, aber was soll man machen? Okay. Ich bin ein ganz kleines bisschen zerschossen. Ja, schießt... Oh. So. Versuche mich jetzt mal zu treffen, Bitch. Oh. Die sehen nicht gerade cool aus. Immerhin kann ich mich regenerieren, aber trotzdem. Ahhhh. Verstehe. Okay. Ha! Die. 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 Puts, putz, 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 putz. I was thinking the same thing. What? We got company behind us. Make it show. We can do this all day. Oh, yeah. Get Shark Tube there for now. Shark one is compromised. Shark Tube, blow it out of the sky. You got a bad feeling about this. Whoa. That's. Oh, wait. Oh, yes. Oh, yes. You got a bad feeling about this. Well, it is good, Henry. Friends, yes. Delusions? No. Oh, yeah. You know what else is good to have? Skills. This might be a good time to buy some upgrades. So buy upgrades. Oh, yeah. Vielleicht should we actually a few upgrades to buy. Hmm. 20% mehr Schaden. Hmm. Erhöht die Peer-Belohnung für Kills um 100%. Yep. Oh, yeah. Oh, yeah. Zack. Okay, das ist zu teuer. Ich glaube, wir haben gerade alles für unsere Klingen ausgegeben. Das ist sehr schade, tatsächlich. Nicht etwas für die Waffen ausgeben sollen. Ach, egal. Ah, okay. Kann ich meine Geldschutz ändern? Und hier meine Handfeuerwaffe und da meine Nacken-Waffen, die ich beide noch habe. Na ja. All right, then. Wir haben eben gerade einen Heli-Trap-Schutz gebracht und sind immer noch am Leben, weil wir einfach mal Skills haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Zusehen. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn dem so war, gebt einen Daumen rauf. Schreibt es in die Kommentare. Konzentriere Kritik, immer wieder gerne gesehen. Holt euch ein Abo, um zu sehen, wenn die nächste Folge rauskommt. Und wenn es mir gefallen hat, teilt ihr das Video. Und dann bleibt man eigentlich nur noch zu sagen. Ich bitte kurz. Das war Deadpool. Ich verabschiede mich und sage, bis zum nächsten Mal. Tschau-sen.